So, das ist der Handschuh, aber ich lasse ihn da, weil, wie gesagt, er hat viel zu viel, ich bin total voll, bin froh, wenn ich meine Handschuhe nicht verliere. So, drei, vier Nacht, haben wir gesagt, so richtig zu machen. Gestern habe ich das von ihm kurz gesungen, aber ich hoffe nicht viel. Ich habe es schon ein bisschen mehr erwartet, wie es gestern geschneit hat, aber wie man sieht, ist es angenehm, aber ich traue dem Wetter nicht. Na gut, schauen wir, wie das am Fadensteig ausschaut. Und wieder Zeit haben wir genug, also wir müssen uns nicht tun. Na gut, dann verläufig Tschüss und in die Richtung gehen wir. Ja. 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 Ja.